Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute möchte ich zwei Dinge mit euch machen, nämlich einmal eine weitere Art Nudeln herzustellen. Hatte ich ja in der Folge, wo ich die Eiernudeln mit euch gemacht habe, schon angekündigt. Und zwar einfach Nudeln vegan sozusagen ohne Ei. Das habe ich jetzt gestern schon vorbereitet und den Teig über Nacht im Kühlschrank ein bisschen ruhen lassen. Und das... Bis zum nächsten Mal.